Erste World of Warcraft PvP-Schlacht jetzt. Wow, mit einer heißen Stimme im Hintergrund. Was ist das jetzt hier? Ich habe so viele Addons, von denen ich gar nicht weiß, was das alles ist. Aber das sieht aus wie etwas, was ich brauchen könnte. Da sind, glaube ich, die Gegner drauf. Aber irgendwo hier in der Ecke wird es mir besser gefallen. Oh, Knight. Sylvanas Windläufer, die rücksichtslose Anführerin der Verlassenen, ist ein ernstzunehmende Streiterin für ihr Volk. Doch mit der Ankunft der Brennlinion steht für die Dunkle Fürstin mehr auf dem Spiel denn je. Sollte Sylvanas fallen, wird ihr Tod der Beginn einer ewigen Verdammnis sein. Von diesem Schicksal trennen sie nur ihre Walkür, von denen ihr jedoch nur noch wenige verbleiben. Der Untergang rückt stetig näher und Sylvanas muss sich entscheiden, wie weit sie gehen will, um ihr Volk zu beschützen. Und ob dieses ihr wichtiger ist, als ihre eigene Seele. Cool. Das klingt richtig cool. Was passiert, was mit den Untoten in der Ecke? Ich bin auch gespannt. Dunkle Legion und so. Und am Ende kriegt wahrscheinlich unter Stadt irgendwie eine neue Anführerin. Wer weiß. Sylvanas 2.0. Achso, warte, ich muss mich umziehen. Zack. So, dezent erstmal die Hälfte an Lebenspunkten dazu gewonnen. Mjolnir. Der Hammer von Thor. Schön, dass der hier auch in World of Warcraft ist. Lugia von der Allianz oder Sinvi. Haben wir sonst noch einen Jäger hier in der Gruppe? Nee, ich bin der einzigste, oder? Nee, da ist noch einer. Der hat 2000 Lebenspunkte. Ach, ich auch. Das ist ja cool. Gar nicht mit gerechnet jetzt. So, Rüstung ist angezogen. Es kann nur besser werden, Leute. Es kann nur besser werden. Umhang lasse ich aus. Achso, hier das Viech, das Level Mount kann ich hier nicht verwenden. Da muss das so gehen. Yo, was geht mit dir? Das ist, glaube ich, ein sehr guter Einsatz. von dieser Form. Ach ja. Erste Runde PvP mit dem kleinen Jäger. Keine Fallen, kein Nix. Aber ich habe den Schuss hier verlangsamt. Und meinen Powerschuss. Und ich habe hier die Möglichkeit, mich zu befreien. Gehen wir mal in den Kampf. Wir gehen gleich in den Kampf hier. Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Oh, erledigt. Zack, Nummer 1. Den kannst du gar nicht heilen, so schnell, wie ich den wegburste. Hier, Kollege. Stehen bleiben. So, wieder einer erledigt. Cool. What? Zurück zur Basis. Wir müssen sie hier verteidigen. Wir brauchen die Flagge. Wo kommt er raus? Kommt er oben rum? Kommt er unten rum? Dam, 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 dam. Jetzt bräuchte ich so ein bisschen spannendere Musik. Nee, hier unten kommt er offensichtlich nicht rum. Nee, oben rum. Okay. Schnell wieder raus. Im Entenmarsch. Alle Mann vorwärts. Guten Tag. Wo ist Flaggen Fritz? Die haben doch auch unsere Flagge. Wo sind die denn? Gleich mal hier den Berserker eingesammelt. Aber keine Ahnung, wo die sind. Ich sehe sowieso überhaupt keine Gegner. Da. Gegner. Sie belangen an seinem Friedhof. Was? Oh, sind das viele. Nee, ich will nicht das Viech da töten. Ich will hier den hier. Mach den hier platt. Mach ihn platt. Oh je. Ein Heiler zu erledigen wäre fast besser. Aber ich bin alleine. Warum bin ich alleine? Warum sind das so viele? Nein. Tot. Wo sind meine Leute? Hallo? Warum verteidigt hier keiner? Ich lasse mich doch nicht hier am Friedhof abfarmen. Soweit kommt es noch. Magier. Hier, schau mal. Den kleinen, den schalte ich erstmal aus. Da kann der schon wieder keinen extra Schaden machen. So. Mein Viech frisst dich auf. So, den haben wir. Der ist der nächste jetzt. Hier der Heiler. Leute, nehmt den Heiler aufs Korn. Ihr könnt doch nicht einfach jetzt hier... schön stehen bleiben. Mit einem Haps ist der im Mund. Weg ist snackt. So, nächster Heiler. Weg ist snackt. Nächster Heiler. Hier ist einer. Oh, schön. Was bist du für einer? Schamane. Oh, ich mach sie alle hier im Alleingang. Seht ihr das? Das gibt's ja nicht. Ja, Monsterkill. Komm her. Gib mir den Monsterkill. So. Wo ist der blöde Jäger, dem das Pad gehört? Leute, läuft bei mir. Richtig cool. Schau mal hier. Komm her. Auf dich warte ich nur. Ach, ne. Diese blöden Heiler. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. Nimm den hier. Der steht da so schön. Boah, ey. Greif ihn an. Komm schon. Wo bist du? Boah, ey. Greif diesen blöden Heiler an. Zack, zack. Mein Schwein des Todes. Das Schwein des Todes macht nichts. Und mein Schaden reicht nicht aus, um diesen einen Heiler zu erledigen. Oh, schau mal. Was haben wir denn da? Einen kleinen Schurken. Kleiner Schurke. Hier. Mein Schwein hat gerade Hunger. Oh, wird wieder geheilt hier von dem Fritzen. Wie viele Heiler haben die denn? Drei Stück? Ja, drei Stück. Aber Maru Sokos Monsterkillos musst du doch erledigen können hier. Hau ab. Ich will nicht mit dir kämpfen. Oder doch? Oh, wir haben auch einen Heiler, der jetzt hier gut loslegt. So, den haben wir auch. Wo ist mein Tier? Ist mein Tier tot? Ne, mein Tier lebt noch. Meine Heilung für mein Tier. Diese ganzen blöden Pets der anderen greifen mich jetzt hier auch an. So. Jetzt fahren wir euch gleich am Friedhof ab. Was bist du denn für einer hier? Du kannst doch nicht einfach die Leute... Ich darf nicht zu weit weg gehen, Leute. Sonst erledigen die mich hier. Macht das blöde Viech alle. Ich habe so einen guten Heiler, der gerade bei mir im Rücken sitzt. Sehr gut, Leute. Holt die Flagge. So, das muss ich mal ein bisschen zurückziehen hier. Ne, 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 ne. Hier, vergiss es. Keiner farmt hier meine Heiler ab und meine Teamkollegen. Nicht mit mir. Kannst gleich da bleiben. Was? Kein Vanish? Ja. Dann gibt es gleich mal einen Rampage für mich. So. Jetzt wollen sie es aber wissen. Wo sind meine ganzen Jungs? Sind die alle tot? Ne, die leben noch. Dieser blöde kleine Wichtel hier hat mich erledigt. Weggewichtelt. Birra, hau rein. Schön, dass du da gewesen bist. Umgewichtelt sozusagen. Leute, wir müssen jetzt mal die Flagge holen. Da ist er schon. Sehr gut. Kaum davon gesprochen, schon geht es los. Und da kommt der ganze Train der Horde angerannt. Heißt, ich stürze mich jetzt dazwischen. Das ist mir jetzt egal. Es ist gefährlich. Aber es ist ein Muss. Denn nur so erledigen wir die jetzt hier. Na, kommt. Kommt, Leute, kommt. Da ist schon der Nächste. So, wir haben die Führung. So, aber jetzt wird es ein bisschen kritisch hier. Ich glaube, wir sollten abhauen. Komm, Kumpel, hau ab. Kämpf doch nicht. Wir brauchen mehr Verstärkung. Komm, lauf. Lauf. Oh, Myra. Oh, gegrilltes Hack. Willkommen. Ich habe noch nie Hackfleisch gegrillt. Was ist denn du für einer? Was willst denn du hier? Kannst du nicht einfach an mir vorbeilaufen? Ruckel, ruckel. Der Nächste, der jetzt versucht, hier durchzukommen. Haltet die Stellung, Leute. Haltet die Stellung. Verteidigt die Flagge. Wo ist mein Viech? Greift den halt an. Todesengel. Ey, das sind schon wieder so viele hier. Das wird nichts, Leute. Ach, mein Tier ist tot. Deswegen geht hier nichts mehr. So. Ah, so sieht es aus, Kleiner. Viech ist wieder da. Jetzt legen wir nämlich erstmal richtig los hier. Aber schau dir das mal an, wie viele hier sind. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Du musst auch zurück hier, Kleiner. Komm. Stell dich denen nicht entgegen. Das geht nicht. Das sind zu viele. Oh, sehr schön. Da war sogar noch ein anderer dabei. Dann nehmen wir den auch noch mit hier. Ist das cool. Alle kämpfen jetzt hier mit voller Stärke. Da habt ihr doch keine Chance. Ah, was sind das für Tentakel? Nehmt sie aus meinem Gesicht. Das klingt wie in so einem in so einem japanischen Schmuddelfilm. Das gibt es doch nicht, wie viel der sich heilen kann. So, Viech wiederbeleben. Komm, 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 komm. So. Nächster Kollege. Du bist jetzt auch dran. So, nächster. Wunderbar. Ne, hier den Heiler. Nehmt den Heiler. Oh, Leute, es läuft. Monsterkill. Ist das cool. Was ein geiles Team, Leute. Was ein geiler Kampf. Geht gleich richtig gut los hier in der ersten PvP-Folge. Was? Warum lag die denn da rum? Wer hat die denn fallen gelassen? Ha! Neue Erweiterung, was sage ich dazu? Ich freue mich drauf. Ganz ehrlich, ich freue mich richtig drauf. So einen Dämonenjäger zu spielen, das wäre schon was. Nach wenigstens dem blöden Jäger, Platir. Komm, 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 komm. Komm, ja. So, jetzt den, den, den hier. Na, das waren zu viele. Da kam von hinten da noch ein bisschen was. Ich hatte keinen Heiler. Bin einfach zu schnell weggelaufen. Aber wir spüren 2 zu 0. 2 zu 0. Läuft bei uns. 5 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir hin. Seit wann sind Hordler solche, solche jagen? Was? Solche, solche Naps. Lassen sich vom Friedhof, vom FT ab und zu den Worry zu jagen? Was? Es ist gar nicht so leicht, das Richtige zu, zu sprechen. Das Tonk-Model ist doch so nice. Ja, ich freue mich richtig drauf. Also ich warte aber quasi nur noch da drauf, dass die wirklich ein, ähm, also die letzte Spezialisierung ankündigen. Das kommt auch noch. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird nicht, der wird nicht bei 2 Spezialisierungen bleiben, der, der Fritz da. So, mit den Tentakeln lege ich mich lieber nicht an. Schauen wir mal, dass ich hier noch ein paar Leute abwische hier. Ich habe ja auch auf so einen Fjernkampftank gehofft, ne? Den haben wir. Irgendwer hat mir gerade eine Kopfnuss gegeben, aber der hat sich gleich wieder verzogen. Du kannst gar nicht so schnell laufen hier. Oh, der hat aber einen schönen Heiler im Hintergrund. Also entweder machen wir jetzt noch mehr Druck oder der Heiler heilt den gleich so hoch, dass ich gleich ein Problem habe. Mach ihn platt. Ja, schön. Der Heiler ist gleich mit kaputt gegangen. Ne. Da ist er. So, der nächste Heiler. Was macht denn der Krieger da oben? Der steht nur rum. Oh, den nächsten Kill. Also der Jäger ist ja ganz schön overpowered, ne? Da können die ja gar nichts hier unten. voll abgefarmt hier. Wird gut geheilt von oben. Schau mal, ich stecke euch mein Viech hoch. Das kann da nämlich hochlaufen. Und boah, ey, räumt dann da oben mal ein bisschen auf und macht ein bisschen Stress. Ist da nicht einer? Der nehmen wir. Den schieße ich hier unten ab. Zack. Ah, jetzt kommt auch die richtige Musik hier. Ich glaube schon, Tom meinte auch, es wäre komisch, ihm zum Beispiel eine Heilerrolle zu geben, was ich auch so finde, ja. Und mein Viech räumt da oben immer noch auf. Der tankt jetzt den ganzen, den ganzen, die ganzen Leute, die da oben sind. Das müssten wir eigentlich gleich gewonnen haben, weil er müsste den doch jetzt eigentlich bald mal wiederbelebt haben. Blue Team wins the match. Oh, neun Todesstöße. Alter, Scholoi hat 19. Wie hat er das dann gemacht? Immer den letzten Kill geholt. 48 Bonus Ehre. Ja, geht auch ganz gut. Erste Runde. wirklicho Jangker. sehr wichtiger wie